Guten Morgen, ich bin an die Reihenfolgemann, Tienhoff-Gölles, Reisneier, Gucksteiner. Es läuft Angehörige des Reisungszentrums, um das Leben erhören, den besten Kühlwein, den ich jeweils in einem freien Tag, der ja gedruckt habe, nur noch wieder zurück zum Wolltönen bringen. Ich bin an die Reisungszentrums, um das Leben, um das Leben, um das Leben, um das Leben und das Leben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich werde nicht mehr zurückkommen. Es sind hier so schön. Du hast noch zwei Tage vorgestellt, dass es B ist. Du hast gesagt, dass es B ist. Nein, mein Lieber, mein Lieber. Das waren deine Worten. Vielleicht auch meine Worten. Der verluftigen Öl mutig hinausspringt und sich trotzdem so konzentrieren kann, dass man dann letztendlich auch so punktgenau im Ziel landet. Was mich natürlich auch besonders freut, ist die Tatsache, dass die ganze Veranstaltung ohne großen Unfällen über die Bühne gehen konnte und dass auch die ganze Organisation, die Vorbereitung der Firma Martin, der Chef von der Firma Martin, ich darf hier wirklich eine große Dankeschön sagen, er ist immer wieder als große Sponsor bei allen Veranstaltungen mit dabei. Einen großen Applaus noch für unsere drei Sieger, Herren international. So, wir gratulieren nochmals den Siegern ganz besonders herzlich. Es war eine gewaltige Leistung. Applaus 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 Für die Sieger in der Seniorenklasse. Und einen großen Applaus für unsere Junioren. Applaus Vierter war Helmut Fuchsteiner. Und fünfter, und das ist mir ganz besonders wichtig, da gibt es jetzt zwischen eine kleine Zeremonie. Boah! Ist jetzt die Nächste, oder über 200 Pomp? Oh, ich mache es jetzt. Wo? Ich mache es jetzt. Das ist jetzt die Nächste, oder über 200 Pomp? Frau, das ist jetzt die Nächste, oder über 200 Pomp? Ja, aber, aber... ...und dann wird es für Sie ein sehr guter. Für Sie ein sehr guter Freund! Jürgen! Also, ich bin fertig, bevor wir den Reiken von neuem beginnen! Christian, herzliche Gratulation und einen großen Applaus von allen Gesten, die hier sind! Christian Menel! Hier geht es ein spezielles Pile. Vielen Dank! Happy Come Back to Mauton! Happy New Year! Leeresportverein Wiener Neustadt! Jetzt kannst du ein bisschen gespürt! Ja, jetzt kannst du ein bisschen gespürt! Na gut, das steht auch! Thomas! Gut, das ist gut. Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Bravo!